Warte, komm mal her, lass mal alle den demütigen, alle gemeinsam. Kommt mal bitte her. Kommt mal alle her, wir machen ein Ritual jetzt. Kommt mal her. Kann ich zu euch. Ich denke, wer baut bei mir im Haus, Mann. Warte, der will weg hier, das lassen wir nicht zu. Genau, Marcel. Komm hier rein, komm hier rein, komm mal hier näher, Marcel. Komm mal hier näher. Warte, 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 warte. Der Gäbbs, du musst auch schnell kommen. Schnell, beeil dich, Gäbbs. Warte, komm hier rein, komm hier rein, warte. So, jetzt. Jetzt können wir ihn schändigen. Und jetzt alle mit der Axt um den Eilhemmer. Der arme Typ. Nein, Jungs, das haben wir nicht gemacht. Wo kommst du hier nicht raus? Digga, er wurde so geschändigt. Wie er die Wand direkt kaputt macht. Warte, Digga, ich hab Angst, dass deine Kollegen kommen. Ich hab ihr eine Tür gebaut, alles cool, Jungs. Deine Kollegen werden so sauer sein, Digga. Wo sind die, wo sind die? Mir ist so ein Ritualmord, er muss in Therapie in real life, Digga. Er hat so einen psychischen Schaden, Digga. Bei mir ist er da. Wo? Ist down, weil ich der König bin. Hat er Freunde? Ich denk schon. Der Gäbbs finischt so karrieren. Wer schießt da? Wer schießt da? Bei Südwest, Südwest, da in dem Haus sind welche? Hier ist bei mir eine Jungs, Bibliothek, komm bitte her, komm bitte her. Geht gleich da. Hä? Ich komm mal zu spät, immer. Hier ist eine grüne AR, falls einer will. Ja, hier ist er. Danke. Da ist noch einer, oder? Wo ist der? Der Arm, Digga. So den Kill geklaut. Darf man aber auch mal machen, du. Digga, alle haben auf ihn geschossen, hätte absolut keine Schaumstelle. Gäbbs, brauchst du Verbände? Nee, ich geb mir das Chak-Chak. What? Gönn sich das Chak-Chak, Digga. 2002 im Haus. So viel glücklich, dein Charakter smiled grad, während er das Chak-Chak trinkt. Ja. Da kommt noch einer, oder, Gabbs? Gott. Ja, ich hör so die Steps. Ja, er läuft vor uns. Er läuft vor uns, mach was dagegen. Digga, er hat keine Ahnung, was ich gleich. Nein. Okay, ihr habt ihn, Digga. Ich hab so gejockt. Da kommt noch einer. Er hatte keine Chance, dieser Hundesohn. Ich brauch Hilfe hier im Mittelhaus. Braucht einer eine blaue Schrotflinte? Joa. Warte, hier. Heller da. Du brauchst Muni für Schrotflinte, wenn ihr habt. Ah, ich hab nur 30 Schuss, leider. Aber ich kann dir die Hälfte abgeben, wenn du willst. Also 10 würdest du auch schon tun. Ja, Skorpion. Wo sind sie? Hier ist überall Action im Mittelhaus. Noch nie so lange gedauert, dass jemand Muni droppt. Quatsch, ich muss... Hier, hier, Marcel! Hier, im Haus direkt vor uns. Ist er in der Falle? Da sind mehrere, da sind mehrere. Ich kann nicht da durchschießen. Ich geh da jetzt rein, Jungs. Wo sind die? Oh, der eine hat ne Minigun. Nein, der eine hat mich durchlöchert mit ne Minigun. Der eine ist in der Garage, Jungs. Hier links jetzt. Einen hab ich. Oh, hier ist ja noch einer. Komm, den habt ihr. Den habt ihr. Schön, komm Jungs. Hab ihn. Wie krank hab ich ihn geholt, Digga. Mich hielt, mich hielt, mich hielt, mich hielt, mich hielt mich. Hier kommen mehr, glaub ich. Warte, komm hier um die Ecke. Ja, ich sag dir, wenn er kommt. Nehme mir so die goldenen Minigun. Es gibt noch Gegner Gaps, ja, ja. Von oben, von oben, von oben. Komm, 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 komm. Jawoll. Ich brauch hier einfach ne Falle hin, Jungs. Ja, ist gut. Ich hab ein Medikit noch, ne, hier. Mir ist das nicht, Jungs, komm bitte her. Ich will mich nur healen, dass du... Hab ihn. Oh, nice, danke, Digga. Hier ist auch noch einer. Hier ist unten zwei, unten zwei. Dreh dich um, hier. Ich hab keine... Ich hab... Ich muss mich kurz healen, Jungs. Da ist ein Medikit drin. Da ist ein Medikit drin. Ich hab auch ein Medikit. So schießen, glaub ich meine Falle. Ach, Jungs, ich heal mich grad, ich heal mich grad. Nein, Digga. Zwei Stück. Amena, drei. Er finischt mich. Der Hurensohn, Digga. Nein, 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 nein. Alexander Will, Alter. Oh mein Gott, Gaps. Oh mein Gott, Gaps. Tschusch. Tschusch. Digga, Gaps, das hab ich noch nie gesehen. Gaps. Oh, hier ist noch einer, Digga. Who is the best in the game? Digga, diese Falle holt alles um. Hä, wieso war das mein Kill, Digga? Ich muss... Weil du ihn angeschossen hast, glaub ich. Und die Falle ihn dann... Ah, ne, ich hab die Falle davor hin platziert, glaub ich. Ja, die Falle war so key hier drinnen, ne. Wir wurden von so vielen gebruscht. Zwei Fallen haben wir ja, deine ist der... Es sind so viele Medipacks. Ich glaub, das ist das dritte Medipack innerhalb von zwei... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich die Falle platziert hab. Ich hab richtigen Gedacht, äh, Gedächtnisverlust. Doch, du hast doch gesagt, du platzierst an die Falle, Digga. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ja, das ist grad die witzigste Runde irgendwie. Ich hab jetzt auch ne Sniper, Jungs. Warum nehm ich mir die Runde jetzt auf einmal nicht auf? Ich nehm die auf, Digga. Nimm auf. Alle sehen deine, deine Skills Gaps. Dein Trott-Field. Ah, hier, hier noch, bei mir, Jungs. Komm mal her, bitte. Komm mal her, bitte. Einfach direkt. Bin bei dir. Ich bin schon da oben, ja. Da oben, da, seht ihr das, wo er sich hinbaut? Im Berg ist der eine hier. Da oben, da, ihm ist die Treppe zerschießen. Ja, ja, ja. Er ist tot, Digga. Ja. Oh, oh, oh. Liegt nach einem Schiff am Boden. Aber er ist nur ein Knocked out. Ja, er ist nur ein Knocked out. Komm, komm, wir holen den jetzt. Naja, du willst auch nur ein Ludwig. Ne, ich will die Kollegen. Weiß. Cool. Den Kollegen. Oh, wow, der Kollege hat aim, der Kollege hat aim hier. Wo ist er denn? Hab ihn gehittet ein paar Mal? Doch, das war wirklich so. Oh mein Gott, Zauber. Das war immer noch nicht der. Ach so, doch. Ach doch, das war der Leak. Jumpert und sowas. Ja. Lassen wir mal bitte Shieldies, wenn's geht. Ach so. Ja, das Shieldie wurde so missbraucht direkt von Gaps, Digga. Ja, warte, ich droff's dich. Big Shieldie musst du auch abgeben, Gaps. Ich hab das Big Shieldie abgegeben. Du musst jetzt komplett Steuern zahlen. Ich hab keine andere Shieldies, was ich euch gedrofft habe. Sorry. Hier, hier, Marcel, nimm du das Shieldie hier noch. Das Kleine. Oh nein, du kannst das Große nehmen, Marcel. Nein, nein, hier nimm das Große. Ey, trink das Kleine, sorry, trink das Kleine. Ja, und jetzt nimm das Große noch hinterher. Oh, Shieldie. Hat der ein bisschen Schatty, Moni? Ja, 123. Ich geb dir. Einfach, einfach 20, 30. Ich geb dir die Hälfte, ich geb dir die Hälfte. Komm her, warte, hier. Warte. Warte. Jumpert. Jetzt hab ich noch einen Spot frei, aber die Frage ist für was? Ulralral. Danke, Marcel. Warte. Darf hier einfach fest. Okay, warte mal, lass mal gucken wegen Jumppad selber aufbauen, weil wir... Hier wollen wir einfach denen. Da, hier sind welche, hier sind welche, direkt neben uns, direkt neben uns. Der kommt da jetzt an der Treppe vorbei. Äh, N, N. Er kommt jetzt an der Treppe vorbei. Ja. Du sagst ja, er ist hier. Ja, er ist da auch, Digga. Ich seh nichts hier. Da ist er, hier auf dem Berg. Ah lol. Hab ihn, hab ihn. Ah ah, jetzt hab ich ihn. Ne, warte mal. Ich hab schon wieder einen Fallenkill gemacht. Was? Ich hab wieder mit der Fallenkill gemacht. Digga, die beste Falle aller Zeiten, oder was? Titel gesorted. Ey, einer muss hier dieses Dinges nehmen, Jungs. Den Granatenwerfer und die Mini-Shieldies. Das muss ich kurz heilen. Ja. Dann kann er Mini-Shieldies stecken. Ja, ich hab hier Mini-Shieldies. Ja, hier ist noch ein Mini-Shieldies. Ja, hier ist noch ein Mini-Shieldies. Lehm das mit, die haben keine Granatenwerfer. Oh nein. Wo? Wo? Ich weiß es nicht. Ich glaube von S. Ich weiß es nicht. Ich baue erstmal hier ein bisschen. Oh fuck. Das sind unangenehme Schüsse. Hast du Heilung, Marcel? Ja. Hast du die Shieldies genommen? Ne, aber ich hab noch vier. Die andere musst du auch gleich nehmen, aber. Ja, nehm ich den gleich. Schau, solange wo die sind. Wo sind die? Wo sind die, Mann? Ah, da oben. Ich seh die bei 195. Okay. Wir müssen gleich Weltreise machen. Lass einfach mit dem Jump-Head verpissen. Lass einfach verpissen. Ja, lass einfach verpissen. Das ist theoretisch echt, ja. Da müssen wir aber in die City. Nicht von hier, nicht dort wo sie uns gehen können. Hol die restlichen Shieldies noch. Das wäre big. Ja, wo sind die? Die lagen da. Haben wir ausgenockt. Ich bin da absoluter Meister. Alter, nice. Wo sind die Shieldies? Ich mein's ernst. Die lagen da rechts, Marcel. Direkt quasi an der Zone irgendwie lagen die da. Gäbst die vielleicht? Ah, hier. Hab, hab, hab. Okay. Ja, gut. Wir könnten eigentlich auf die Scheißen so gesehen. Ja, die werden eh absolut gegrillt. Ich mach einmal nur diesen hier. Oh, Snacks is down. Sorry. Jetzt erst. Du Caps. Check, erst jetzt ist Snacks down ist, Digga. Wo, wo ist dein Kopf? Absolut. Wollen wir hier hoch bauen? Hier? Hier so? Auf Reckless? Komm. Nein, wir schießen auf uns. Nein, wir schießen auf uns. Warte. Oh Gott, ich hab's überlebt. Was? Lebst du noch? Der kommt irgendwie angekommen. Ich hab so ein Wall bei uns gemacht. Nein, vor mir seine Jungs. Was? Nein, bitte wand, 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 wand. Vor mir, vor mir auf 30 auf dem Gebäude drauf. Ich bin so geschissen. Ich brauche mich durch, warte. Ja, ich bin so fucked, Digga. Auf welchem Gebäude? War hier auf dem Gebäude bei uns. Der ist mal wieder hoch. Leute, wer hat das gerade gesehen? Wie hab ich das überlebt? Was ist das für eine Runde, Digga? Digga, Marcel, ich bin so irgendwie an die Wand von dem Big Ben geprallt. Deswegen hatte ich nur halb so viel Schaden. Jungs, die Zone fängt gleich an zu move'n. Lass einfach Jumphead bauen und verpissen. Ja, aber hier ist einer neben uns immer noch. Scheiß auf ihn, Digga. Guck mal, guck mal auf die Zeit. Da hinten in der Ecke, da hinten in der Ecke. Ich hab linke Seite. Ich hab ihn, oh mein Gott. Kloborste. Weg mit dir, Digga. Gibt's irgendwas zum heilen? Ja, ich hab Verbände, weil ich hier im Granatwehr vermittelt. Ja, aber lass, lass, lass das gleich noch ein Fliegen machen. Hier, 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 ich mach's hier. Aber ich hab keine Treppen, Jungs. Komm her, komm her, komm her. Hier, mach's hier, hier, mach's hier. Da sind schon Treppen gebaut. Komm her. Komm her, komm jetzt schnell. Komm, 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 komm. Okay, 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 ich komm, ich komm. Warte, 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 warte. Okay, das reicht, das reicht. Reicht, das reicht vollkommen. Bau auf, bau hin. Ja, warte, 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 ich lauf grad hoch. Oh, mach's hier, oh, mach's hier. Wohin fliegen wir? Einfach zur Zone? Einfach Zone, ja. Er hat mich da aufgemacht, ja. Flieg rechts an dem Berg vorbei. Da ist einer, da ist einer, Jungs, hier rechts. Seht ihr den? Seht ihr den? Ah, das ist ein ganzes Quad, oh mein Gott, Jungs. Auf die Treppe hier, auf die Treppe hier. Ich geb ihn ins Granatwerfer, action meines Lebens, Digga. Hab einer nicht ausgenockt, wer Massi den Kill gemacht hat. Jungs, die Zone. Hier ist einer. Hier ist einer. Oh mein Gott, hab ich gerade alle geholt? Massi, Digga. Hab alle geklaut oder geholt? Keine Ahnung. Okay, du bist aber ne fucking Legende. Lauf weiter aber. Das war so frech gerade. Nein! Ich werd von rechts noch beschossen, Jungs. Da ist noch einer, da ist noch einer. Von wo rechts? Irgendwo, ja, da gerade wo wir hinschauen quasi. Osten oder was? Ja so, genau, ja, ja, ja. Die sind noch Mini-Shield, die sind die Mini-Shield. Die sind die mit. Von der Zone aus. Hab ich, hab ich. Sehr gut, sehr gut. Siehst du, siehst du? Auf 120. Jungs, die Zone kommt. Wenn die jetzt Aim haben, bin ich tot. Ja, ich weiß was, Gaps, aber was sollen wir machen? Nein! Oh mein Gott, ich hab 18 HP. Die Zone kommt, Jungs, wir sind tot. Ja, ich bin tot. Außer einer Bandage von euch. Ja, ich kann auch nichts machen, ich kann nichts machen was euch machen. Der Typ, der hat mich so... Oh Gott, Jungs, ich schaff's vielleicht. Das Typ ist viel weg vor mir. Nein, hör auf damit! Sechs HP. Nein! Jungs, guck mal wo ich bin. Versuch reinzukriegen, versuch reinzukriegen. Ja, aber diese Gegner sind hier vor mir. Ich müsst die holen erst mal. Ja, Digga, ich weiß nicht, ich kann nicht. Schönen Gaps, komm. Marcel, das sind direkt vor mir. Bei dem Baum. Bei dem Baum vor mir. Boah, wenn ihr das schafft, seid ihr so die größten Legenden, Digga. Einer ist so weak. Noch einer weak. Du bist alleine, du bist alleine. War nicht so ego, du weißt, wie du mich hier challengedst? Okay, der ist so weak. Versuch mich zu überleben. Vielleicht. Hab einen. Nice! Marcel, komm. Ich hab... Warte, warte, ich hab nicht mehr viel HP, Digga. Du musst erst zu mir kommen, bevor du zu Gaps gehst. Wie viel hast du denn? Siehst du doch, siehst du doch, siehst du doch. Du könntest erst mich healen. Hab noch einen? Oh mein Gott, Marcel, komm, heal mich bitte. Zack, dein Kork, Digga. Ich will den einen kurz finishen, das sind immer sicher. Nein, 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 ich schaff's nicht mehr. Du musst zu mir laufen, Digga. Ja, warte, ich kann nicht, Digga. 14. Doch, doch, du schaffst es. 12. Wenn du mich jetzt anfasst, dann haben wir es. 8. 6. 4. 2. Nein, Marcel, Marcel. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Digga. Was? Leute, was? Ich hab so aufgegeben, Digga, mit 2 HP. Okay. Marcel, jetzt musst du absoluten Sprint deines Lebens sein. Okay, jetzt sprint ich wieder zur anderen Seite, Digga. Mach die Newshandball. Vor mir ist noch einer, aber Jungs, du müsstest so laufen. 20. 20, Jungs. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wo ist der, Digga? Direkt links von mir, links. Aber er läuft weg, er läuft weg. Er läuft weg, ja. Ich komm, ich komm, ich bin geheilt. Ich bin da. Oh mein Gott, Leute. Hashtag ehret mal in die Kommentare. Ey, der Typ hat, Digga, das müssen wir jetzt gewinnen, Digga. Das müssen wir gewinnen. Wo ist denn der, wo ist denn der jetzt von gerade hier? Das ist weitergelaufen. Das ist weitergelaufen. Ich hab, ich hab Dingens Gaps. Digga. Weißt du, was ich dachte Marcel, du hast doch noch so eine Holzwand gebaut. Also. Genau da hatte ich zwei. Ich dachte, das hat das verkackt. Diese Holzwand. Hast du Bandagen, Gaps? Ja, ich hab, ich hab. Hier Mini-Shieldie, nimm die mal mit. Ich brauch Shieldies, ich brauch Shieldies. Ja, hier sind die. Ja, nimm die und dann laufen wir in das Haus einfach. Und weiterlaufen wir in die Gaps. Nimm die Gaps, komm her, komm her. Ja, es sind ne vier. Jeder kann sein. Ja, komm her, komm her, komm her. Aber lass es erstmal hier so. In dem Haus ist der vielleicht drin. Ja, das stimmt. Lass einfach in das Haus hier vorne gehen. Es geht nicht anders. In das hier vorne, seht ihr das? Das große. Ja, das ist ein kleine, ein Zaun mehr jetzt hier oder was? Nein, nein, das Haus da vorne. Da. Ja, 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 ja. Ich baue jetzt auch ne Falle rein. Digga, ich bin so in disbelief, dass wir hier noch leben. Digga, das ist wirklich, ich hab damit nicht gerechnet. Auch nicht. Niemals. Kommt hier hoch. Die beste Runde aller Zeiten. Ach, wo ist die Falle platziert? Digga, Marcel mit seinen tausend Fallenkills, ich auch, mit meinem Quadkill dort. Digga, die Runde ist zu. Er ist reingelaufen. Er ist reingelaufen. Ich bin in disbelief, Leute. Digga, was passiert hier? Unten oder was? Digga, denn wievielter Fallenkill ist das jetzt? Er ist auch eliminiert direkt. Wievielter Fallenkill ist das jetzt? Keine Ahnung, Digga. In so einem disbelief. Ich sehe einen, Jungs, auf 150. Ja, 150. Baut einer von euch grad ab und so. Ja, ich. Auf 150 ist einer. Ich hab noch nen Big Shieldy. Oh. Ja, das würde ich selber... Ah ne, ich nehm mich selber. Warte, ich nehm mich selber. Du brauchst Verbände, Digga. Du brauchst Verbände. Ich hab Verbände. Leute, das müsst ihr gewinnen, man. Ja, das ist so ne kranke Runde. Jungs, hier war einer bei mir. Warte, ich lauf mal zu dem hin. Warte mal kurz, warte mal kurz. Warte kurz. Ja, alles gut, alles gut. Ja, läuft weiter. Ja, ist alles gut, aber hier ist kein Gegner. Ich sehe ihn und ich schieße nicht. Wir müssen mit Zone rufen. Lassen wir mal die Zone. Ja, ich sehe ihn. Hier vor mir ist ein Gegner quasi. Hier ist der okay, ich warte auf euch. Wo seid ihr? Na hier. Schon minimap, schon minimap. Wo ist denn der da drin? Ich sehe ihn, ja. Entweder ist er da drin oder... Ja, es ist vor mir. 2, 2, 2. Ich hab noch Granatwerfer. Ich bin noch nicht durch. Ach, nirgends. Habe ich? Anders absolut. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. So, gut. 6, Digga mit 6 HP hab ich überlebt. Hier komm, ich hab Verbände, brauchst du? Äh, hier liegen Verbände. Wir haben auch Goldene ARs, wie seh ich, hier. Ah, Goldene Ska. Ja, noch eine für mich? Holy shit, ja. Ja, hier ist noch eine. Ich hab einen verwandt. Ja, komm her, ich hab genug Verbände. Ich hab auch 5 jetzt, das reicht, das reicht. Ich brauch Shieldies. Ja, hab ich noch zwei. Hau den mal rüber Hier her Leute die Zone ne? Achso eine Minute ok Ey komm das müssen wir gewinnen Jungs Er nimmt keiner den Granatenwerfer mit Jungs? Ich hab einen noch Ok weil ich hab ne RPG Wir haben drei Gegner ne? Wir haben drei Gegner Jungs Ey das sah grad so in Massi's Vision sah das so heftig aus man Bei den Gegnern grade da oder was? Das ist noch ein Rick Schildi Gib ihn dir Gap Oder gib ihn lieber mir Gaps weil ich hab 75 HP Du hast 100 bei grün weißt du? Noch mehr Sinn wenn ich's nehm Hier ist er ne? Komme wo ist er? Hier bei mir Hier ist sogar noch ne Kiste Jungs Ja scheiß auf die Digga Die ist da oben doch Ne die ist aber nicht hier Doch genau hier ist sie Bro Achso da oben ok Digga du baust mich so ein Das sind noch Mini Schildi die ich die einer mitnehmen kann Die absolut gelohnt Tobias Soll ich sie nehmen oder hat einer von euch? Nimm du mit kommt läuft jetzt Nimm du mit Geh los wohin gehen wir? Da lang ok Alter Jungs das ist so ne kranke Runde grad Zwei Gegner noch komm Drei Drei Gegner Drei sorry ok 3v3 wahrscheinlich Aber ich hab absolut 18 Raketenwerfer schluss Ah da hinten die sind da dahinten Von hinten oder? 345 345 345 in der Fabrik Ich seh genau nichts gegen den Baum Das kannst du keinem erzählen alter Pass auf was ich jetzt mache Digga ich mach halt so das Reckless Play Warte Ja nicht Könnt ihr mal Snacks was ich machen muss? So jetzt aber meine Freunde In das Loch rein In das Loch rein komm Ich baller so die Oh mein Gott ich hab einen Ich hab einen Ich hab da hinten so ein Feuerwerk ausgelöst Ja ich hab auch Digga wir baller so alles rein Komm wir Aber Jungs ich glaub das sind nicht die letzten ne Vorsicht da wird noch jemand sein Da hoch Jungs Willst du echt da hoch gehen? Ja ich glaub die hielen sich nämlich warte Ok ich komm mit dir Bruder Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist der Gaps? Ich schieß einfach grad das Ding hier an Ich sie gefallen sind vorsichtig Ich seh hier erst hier Ich hab ihn im Rücken geschossen Einer ist down Einer ist down Wo ist der Gaps? Wo ist der Gaps? Wo ist der Gaps? Einer ist noch am Leben mal Nur noch einer nur noch einer Aber wir schätzen die da nicht zu dem Team mit ne? Ne ne das sind ein Einzelner Wir schätzen jetzt ein wie schlechter ist uns dann trollen werden ok? Gehen nur noch schälen die oder so? Nein das ist das Ding einfach ganz easy jetzt gewinnen Nein bitte ich will ihn trollen Digga wir gucken wie gut der ist ok? Ne lass E-XP machen Digga Oh man Jungs alter Komm wir machen E-XP Digga wenn wir jetzt 1v3 nutzen dann Niemals Digga wenn ich merkste es brennt sich ich schepper ihm so den Raketenwerfer ins Gesicht Ne das war grad so schön der Kille Baumeister Das hab ich auch aufgehört mit den Kills Ich glaub der ist da vorne Digga in diesem Metall Ding Ne das hab ich gebaut Ok Dann lass uns hier noch hoch würde ich sagen Ok bis hin du für mich baust Ja Ich will das du für mich baust Ey ich will das du für mich baust Ey da unten ist noch ne Ding ins Loot Drop Bei dem besten Loot aller Zeiten aber einfach aus dem Prinzip hole ich mir den jetzt Wo ist der Typ denn jetzt? Der ist dort sicher irgendwo weil der angeschossen wurde an der Droppe Wer hat den trollen ist mir egal die Jungs ne Ich stehe mit Granatwerfer oben auf der Map Ich warte nur darauf dass er sich zeigt und ich baller so die Granaten in seine Richtung Nehm ich nehm jetzt das ich lass das Shield weg und ich no scope ihn Geht's da jetzt keiner in der Luft Da ist er bei mir aufs Videotitel geh ich Hier ist er bei mir ist er bei Mieser Komm lass dir das Haus richtig explodieren lassen Komm wir wir sprengen das ganze Haus jetzt So heftig Digga Ja Digga Alter das sieht so brutal aus Hat auch Granatenwerfer ne Oh fuck der fickt mich Ah mich fickt der nicht niemals Die Granaten hab ich Ich bin jetzt im Snipe seines Lebens nämlich Ich werde jetzt auch Granaten noch across the map Geh auf den Nosecorp Digga Ich geh auf den Nosecorp Pick doch noch einmal hier hinterm Baumarsch Ah schade Gapsi hat ihn aufs Trucken geholt Digga Jawolln Digga die Runde war zu lustig Digga Haben wir gut gewonnen Haben wir gut gewonnen Haben wir gut gemacht Digga wir gewinnen grad jede Runde alter Digga ich hab 10 kills ne 9 kills Lass den Bike da haut rein und ciao